Hallo zusammen, ich habe euch heute eine Partie mitgebracht von Montagabend und trotzdem steht jetzt schon fest, das ist mein Spiel der Woche, denn es zeigt eindrucksvoll die Diskrepanz zwischen dem, was hätte erreicht werden können und dem, was am Ende tatsächlich erreicht wurde. Also ich gehe mal davon aus, es war ein Einsteiger mit am Tisch und dann ist manchmal mit einem schlechten Zug jegliche Fantasie aus einer Karte raus. Was also war passiert? Ich selber saß bei diesem Spiel in Hinterhand. Wir schauen uns das jetzt aber aus Sicht von Vorhand an. Der schaute auf folgende Karte und hat damit erstmal mutig noch 23 aus Mittelhand gehalten. Muss man ja auch sagen, Hut ab dafür. Ist dann aber nicht ans Spiel gekommen, Mittelhand hat letztlich Kreuz angesagt. Spieler hat eröffnet, ganz solide würde ich hier nochmal sagen, aus der Herz 10 zu dritt. Auf dem kurzen Weg eine lange Farbe aus der 10 zu dritt, wo man gar nicht viel kaputt machen kann. Das ist denke ich soweit in Ordnung. Der Spieler hat die 9 ausgespielt. Ich würde euch immer die 7 empfehlen im ersten Stich. Warum sage ich euch gleich nochmal. Gespielt wurde die Herz 9. Der Alleinspieler in Mittelhand mit der Dame drauf und von mir in Hinterhand fiel der König. 7 Augen. Zweiter Stich. Pik Dame. Pik Ass. Und die Pik 7. 21 Augen. Ja, und jetzt sind wir an der Stelle. Welche Karte sollte jetzt auf den Tisch und warum? Gut, für diejenigen von euch, die das rausgekommen haben, freut euch nicht zu sehr. Es war heute eine relativ leichte Übung und für alle, die hier nur die Show genießen wollen, die korrekte Karte ist natürlich die Herz 10. Denn der Herz König in Hinterhand beim Partner, der ist fast zwangsläufig blank gewesen. Ansonsten hätte der Spieler hier, in dem Fall war ich das, eben einfach die Herzfarbe zurückgespielt. Es ist auch so gut wie ausgeschlossen, dass da das Herz Ass sitzt, denn auf den Partner schneiden nun wirklich die wenigsten Spieler zurecht. Und deswegen ist das doch alles recht durchsichtig. Aber selbst wenn jetzt das nicht gelingt, dass Herz 10, Herz Ass dann abgestochen wird, dann ist die Herz 10 mutmaßlich ohnehin eine tote Karte. Wo soll die sonst untergebracht werden? Das ist natürlich auch die Begründung, dass jetzt Herz 10 kommen sollte, dass Herz 7 im Aufschlag besser gewesen wäre. Wenn wir jetzt noch mit der 9 und 10 gegen Ass und 8 stehen würden, könnten wir die 10 spielen. Es würde erst den Abstich geben und danach wäre die 9 noch gegen die 8 hoch. Die 7 ist natürlich verschenkt dann gegen die 8 den Stich. Wobei natürlich nicht ganz klar ist, ob bei der ausgespielten 7 der Spieler hier mit Ass da am 8 nicht vielleicht auch mit der 8 ins Schnitt gegangen wäre. Aber letztlich jetzt hier den Stich retten zu wollen, in dem nicht Herz weitergespielt wird, ist ein krasser Fehler. Und so ging es dann im Originalverlauf weiter. Es folgte Pik 8 und damit ist das Spiel jetzt auch nicht mehr zu gewinnen, denn der Alleinspieler hat natürlich sofort gestochen. Der lässt sich jetzt nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Der ahnt ja auch, dass sein Herz Ass sonst in Gefahr ist. Zieht jetzt Pik Buben. Von mir die blanke Trumpf 10. Und das war natürlich auch schon zu erkennen, wenn hier 3 Hertz sind, da 3 Hertz und da der eine Hertz, was schon fast klar war. Und der Spieler auch noch die Pik Lusche mit bedient. Dann hat er ja schon 4 bekannte Fehlkarten. Also kann er auch nur 6 Trumpf haben. Also war auch klar, dass hier ein Trumpf sitzen muss. So also erst jetzt passiert. Pik Bube bleibt beim Alleinspieler. Nachdem der hier den Trumpf vollen einkassiert hat, hat er dann ganz so sauber nochmal einen Trumpfzug von unten gespielt. Von mir ging das Karo Ass rein. Spieler hier mit der Dame rauf. Und obwohl das Spiel jetzt natürlich schon für uns nicht mehr zu schlagen ist, gibt es jetzt erneut nochmal die Frage, wie sollte in dieser Situation jetzt fortgesetzt werden. Auch hier, es ist jetzt gar nicht so besonders schwer. Hertz Ausspielen verschenkt natürlich einen sicheren Stich. Und was der Spieler jetzt eben auch nicht spielen sollte, weil es noch der mögliche Stich war, ist der Karo König. Sondern er sollte jetzt Trumpf spielen, damit er am Ende eine Gabelstellung vermeidet. Das ist natürlich auch nicht passiert, sondern jetzt der Karo König. Und damit hatte das Spiel natürlich vom Ausgang und vom Endspiel eine ganz besondere Qualität. Karo König wurde gestochen und dann kam natürlich noch einmal Trumpf von oben und einmal Trumpf von unten. Spieler schiebt einfach wieder raus auf den Herz Buben. Und damit ist jetzt in den letzten beiden Stichen sogar noch die Gabel 8 und Ass gegen 7 und 10. Das heißt, das Ziel von dem Spieler hier, der im dritten Stich eben nicht Hertz fortgesetzt hat, dass er jetzt noch mit der Herz 10 einen Stich macht. Dieses hehre Ziel, was ihm so viel Wert war, dass er da die Farbe gewechselt hat, nicht Herz 10 spielen wollte, das konnte er am Ende nicht mal erfüllen. Er hat jetzt hier tatsächlich gar keinen Stich mehr gemacht. Und damit hat der Alleinspieler mit sensationellen 73 Augen gewonnen, während er, wenn Herz 10 im dritten Stich gekommen wäre, nur 41 Augen erzielt hätte. Mit anderen Worten, dieser Stich macht einen satten Unterschied von 32 Augen aus. Das muss man sich mal vorstellen. So krass kann das sein, wenn man hier eben unbedarft spielt, unkonzentriert spielt oder einfach nicht aufgepasst hat. Ja, ich habe natürlich in dem Moment einen halben Herzinfarkt bekommen, bin fast vom Stuhl gekippt und musste ja erstmal mich mühselig wieder auf den Stuhl raufziehen und dann die Serie so mit so einer angezogenen Krawatte zu Ende spielen. Aber das Schöne ist, ein Stündchen später, wenn man sich dann in Ruhe den Verlauf nochmal anschaut, dann kann man ja immer schon herzlich darüber lachen. Und dann hoffe ich, dass ich euch auch mit dieser schönen Partie eine kleine Freude machen konnte. Wir können es gebrauchen in der jetzigen Zeit. Vor allen Dingen wünsche ich euch deswegen nicht nur einen schönen Tag, sondern passt auf euch auf, bleibt gesund und natürlich auch ein wenig gut bleibt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020